Du brauchst nur Leaves, also Shellcraft, Leaves abbauen vom Baum und dann in den Kurschubbe. Woden Kurschubbe. Minecraft Sky. Ja, ich weiß es. Bist du noch bei dem Fill Oil Fill Dingle? Ich kann mir eigentlich nicht mal ein Dings Koppelstaster und Dings machen. Du kannst das doch eh nicht, Hermann, da brauchst du erst das Segment. Oder bist du jetzt bei Smelting? Dafür brauchst du Lash. Warum kann ich noch keinen Hammer machen? Ich bin... Hä? Du bist ein Hammer, kein... Kabelstone hämmern kannst zu Grapple, das geht nicht. Haben wir doch schon getestet. Ähm, ne, ich bin jetzt grad äh... Aber mit dem Dierhammer müsste das Globe gehen. Das teste ich jetzt mal. Äh, was war das? Das war eine Cassie, die sich vor einem Creeper erschrocken hat. Okay... Da würd ich versuchen Smelting zu machen. Ist auch Kabelstone, was du wieder rauskriegst. Mh, mach mal. More Power! Ey, Mädel, kannst du nicht sagen, dass der vor der Tür steht? Deshalb hab ich mich doch erschrocken. Deshalb hab ich mich doch erschrocken. Wenn er jetzt explodiert hat. Wenn er jetzt explodiert hat. Ne, aber der hat Redstone... Ist der dämlich? Der hat Redstone gedroppt. Hier, äh, da. Stone Gold... Äh... Keine Ahnung, ich weiß grad auch nicht so wirklich, was ich hier machen soll. Äh... Ich auch nicht wirklich. Außer 7, 7, 7 bringt das alles gerade nicht hier. Ja... Okay, also die Filme... Hm... Ja... Das Chemie Klamotten ist mir halt zu kompliziert, also da blick ich sowieso nicht durch. Ike? Ich auch nicht. Okay. Äh, was ist denn das? Nezarek, 64 Stück, würdest du mich überraschen? Ähm, oh. Ähm, Ike, in welchem... Äh... Ja... Ich würd's dir beantworten, wenn ich's verstanden hätte... Ähm... Ähm... Der Neichen... Witten Krüschbel... Na, in dem der aussieht wie der... Wie der da. Nur aus Holz. Nur aus Holz. Der wird mich nicht angezeigt. Äh... 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 Wenn ich da eingeben würde, Krüschbel. Äh... Äh... Haben wir das Buch von diesem Mindsham? Nein. Äh... Äh... Gut, dann ist der deaktiviert. Da musst du anderweitig an Wasser kommen. EG. Aber hier, äh... Pass auf, was krieg ich dafür, wenn ich euch Wasser herstelle. Das kann er gebrauchen. Alles. Was... Was... Hier, was brauchst du für das Buch für's... Äh... Äh... Mein Scham? Ein Buch und ein Glas. Ein Buch und ein Glas. Ein Buch und ein Glas. Das hier. Nein. Scheiße. Ich stell euch instant Wasser her. Wollen wir mal? Gebt uns ein Glas und wir sind zufrieden. Buch könnte man selber machen. Wir haben einen Kuh spawnen ein. Könnt man nicht gerne spawnen und killen das Vieh. Fessi. Axt. Äh... Töten. Leder. Sehr schön. Schatz, hier. Hinten abfahren, Papier. Buch machen. So, warte mal. Bitte da, äh... Ihr gebt uns ein Glas. Glas. Perfekt. Ein Glas. Dann bin ich zufrieden. Ein Glas, okay. Ja. Äh... Wenn wir... Anwie... Muss ich warten, bis es noch zwei Glassen sind. Okay. Man hört sich. Okay, tschüss. Guten Abend. Bye-bye. Ach komm... Ich bin doch ein bisschen... Hab ich schon... Wieso wollte das Ding auf immer zu mir kommen? Pscht, aber sag Melvin nichts! Was? Was, 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 was wird das hier? Nix, nix. Bitte sehr. Jetzt einfach nur warten, so hab ich auch Wasser hergestellt. Nicht kaputt machen, sonst ist er vielleicht noch weg. Na gut. Das ist scheiße. Also hab ich bei uns auch Wasser hergestellt. Ich hab auch Wasser. Willst du mich verarschen? Okay. Okay. Ich bin erst mal weg. Ich hab euch bei uns noch gefragt. Hä, hättest du Wasser? Nee, ich hab nicht. Äh. Hä? War... Nein. Das klärt ihr jetzt unter euch. Hier, schatzische Blas. Ach, ganz ehrlich. Setz einfach... ...hier hin. Danke. Bitte? Ja, warum machen wir das? Damit wir nur unendliche Wasserquelle haben und... ...mit wir halt... ...diese vom Moor, damit wir Titanium... ...da, wo du gerade stehst. Könnten wir auch mal herstellen. Ähm. Oh, jetzt... ...so'n Fackel. Wie ich irgendwie... ...Glufstuhn? Wo bist du, Glufstuhn? Glufstuhn? Jetzt komm her! Ähm. Ich hab kein Holz mehr. Geh doch mal ne runde Farmen. Nein. Ich hab noch mal Wasser bekommen. Woher bekommst du das ganze Wasser? Oh, das ist Mondstein. Oh, Diamanten. Oh, ich würde jetzt gerne mal was ausprobieren... ...mit den zwei... ...Laschen da... ...von Menschen. Oh, ist geschmolz, ist geschmolz. Ähm. Mach, 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 mach. Ich blick bei dem Ding nicht durch, Schatz. Du darfst dich da frei austoben. Ich such grad hier, aber... ...du darfst dich da frei austoben. Und... ...endliche Wasserquelle, Schatz. Cool. Titanium... Äh. Ja, geil. Äh. Warum... Kann ich das jetzt nicht wieder... Warum... Warum kann ich das jetzt nicht claimen? Wieder? Mevin? Kannst du das claimen? Mit, äh... First... ...aber bitte dann, äh... Titanium aus... ...mit... ...mit... ...mit Titanium. Äh... Ja, hab ich. Perfekt. Perfekt. Kann ich... ...haben... ...und die Eiweiss... ...oder... ...sitzt einfach hier hin. Oh, Tyrox. Ja. Ich habe dir eigentlich einen Freund mitgebracht, ich trau mich schon wieder gerade nicht raus. Großpower, ja. Der, hier ist so ein Krachbum-Explosions-Gurken-Teil rumgeloben. Ah, gut, okay. Ich wollte dir den eigentlichen Wind bringen. Ah, jetzt sag mir nicht, du hast das hier hingekriegt. Okay, ich auch nicht. Also ich, Skolter. Äh, was willst du überhaupt probieren? Oder was willst du schlussendlich machen können? Äh, Sachen herstellen damit. Du kannst ja damit in Nether Stars und alles herstellen. Hm. Wie sieht denn unser Stern eigentlich aus? Äh, der hat noch 99.980... Nee, warte mal. Wie viele hast du denn? Keine Ahnung. Aber irgendwann ist der auch mal alle. Ja, jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen soll. Aber so eine unendliche Cubbystone-Farm. Aber bringt der auch nichts wirklich. Obwohl. Doch, das bringt was. Ähm. Ich mach jetzt auch eine. Wir haben ja hier diese coolen Kisten. Spirals. Das coole ist, dass du auch Oxygen, Cobbystone, also. Äh, Speed-Upgrade, Troxygen. Nein, wir haben ja noch mehr Speed-Upgrade. Nein, ich brauch nicht Hydroxid. Kann ich hier unten wo die Cubbystone-Farm bauen? Das Teil braucht sowieso Strom. Ja, ich hatte hier unten schon Stromkabel langgelegt, aber der nimmt die... Der schließt sich zwar mit den Ender-IO-Kabeln an, aber nicht so wirklich... Naja, wie ich's will. Tarox, hast du grad deinen Oxygen da reingemacht? Willst du mal die Energie-Kabel von oben? Kann ich nicht machen. Äh, was? Hast du grad deinen Oxygen-Tank da reingemacht? Ja. Dann. Okay. Jetzt... Jetzt bin ich gefangen. Ich komm hier eindeutig nicht mehr raus. Weil du hast irgendwie so vier Stück... Äh, ich... 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 Ich komm hier nicht mehr raus. Äh... Egal. Oh doch, die haben flottig hier ab. Bringt nichts, ich komm nicht mal nach vorne. Ah! Ja, da nehm ich... Du willst mal den Stern kurz raus? ... die Stern raus. Ja. Ah! Laren! Hast du die Item? Ein Bögen. Gen-Togen. Pfff. Was wird der hier Strom brauchen? Warte. Äh... Äh... Das Teil hier braucht der Strom. Yes, endlich. Na... Na warte mal, dann kann man das da oben drauf stellen. Mhm. Wo ist es? Ich hab's. Dann stellst du drauf. Und ich mach... Äh... So. Kannst du... Kann ich hier hinten... Kann ich hier hinten... Kann ich hier hinten die Cubble-Storm-Farm? Mhm. Was? Wo soll ich was machen? Ja. Wo ist mein Eimer? Könntest du diesen... Das, was oben fliegt, ja dann da daneben tun, weil es braucht genauso Strom. Was fliegt denn nach oben? Das, was da oben drauf lag. Das ist ein... Bisse komische Maschine. Äh... Das ist der... Stirling Generator. Mhm. Braucht ja... Braucht auch Strom, ja. Melvin hast... Hast du da einen Eimer noch? Es braucht Strom. Ja, hab ich das schon. Ich hasse diesen Stern. Ganz ehrlich. Brauchst du den? Gehm, ich möchte uns gründliche... Was hab ich jetzt eigentlich gesammelt? Achso. Ich hasse diesen Stern. Gah. Kann man den nicht irgendwie einbauen? Nee, der zieht trotzdem durch. Es ist ein Stern. Ja, der geht durch Wender. Leider Gottes. Katz, würden die zum Glück in der Ebeneville kurz abbauen? Welcher? Ein Lapp, Frau. Wo vollen Sternen stehen. Äh... Mauer die Hirn. Kein Lapp, ne? Ja. Äh... Gut. So. Das ist das. Dann brauche ich Eimer und Labe... Äh, Wasser und Labe. Labe, 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 Labe... Labe, 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 Labe... Oh. Genau, ein Schalter. Achso. Hab ich meine Sound... Nicht an, oder was? Hm? Stein John. Stern, lass mich doch mal in Ruhe. Ich jetzt... Mann! Scheiße. Äh... Äh... Dieser Stein. Äh... Keh... Keh... Äh... So, und jetzt brauchen wir noch so ein Abbauteil... Dingens... Moment... Ich glaube, das haben wir nicht. Oh! Doch. Hehe, wir haben nur automatische Kabelstone-Farm, Schatz. Cool. Mikkel... Pssst. Guck! Hehe, da wird's voll. Die ist wieder beschäftigt. Cool. Hört sich nicht so begeistert an. Hehe. Hab ich jetzt auch gerade gedacht. Guck, guck. Wirklich, wir haben schon... 20, 21, 22, 23, Kabelstone... Alles automatisiert. Hm. Hehe. Das gefällt mir. Jetzt geht's ein bisschen voran hier. Oh, ich hab hier noch diese Runde. Der Stern nervt wirklich ein bisschen. Ja. Ich kann ja nix sagen, aber in unserer, äh, Hütte hat's gerade kurz gebrannt. Tyrax, hast du schon wieder gepupst? Nein! Ich brauch nur kurz Holzmus auszufordieren. Ich muss in die Richtung der Lava-Furz. Äh, Holz ist oben drin, mehr als genug. Ansonsten farb mich nochmal was. Äh, aber Tyrax... Ich brauch nur ein Holzbrot. Warum reagierst du so? Nein! Äh... Achso, erzähl mal, komm, erzähl, sprich dich aus, mein Kind. Nein. Warum? Nein. Warum? Ähm, nee, warte mal. Nein! Richtig. Hat's gebrannt. In deinem Zimmer hat's gebrannt? Richtig? Ach, weißt du, ja komm schon. Ey, Tyrax, nee, da macht man keine Späße. Hä? Was ist denn? Eigentlich mache ich überall Späße, weißt du? Äh, nee. Aber nicht bei sowas. Äh, warte mal, braucht das Ding Strom? Tatsache! Wollt mich doch verarschen, von welcher Seite. Okay. Okay, ich wüsste jetzt, wie ich... Äh, ich will nicht mit... Ähm... Leafs... Ähm... Also ich könnte jetzt Leafs... Holz... Äh, Ranken... Ähm... Bretter... Äh, wenn ich noch was anderes hab, Bücher... Okay. Äh, Papier... Weizen... Und ne Mäpp... Mit noch anderem Zeug, Grasblöcke und Kartoffeln... Okay. Setzlinge alle... Also, ein paar. Ähm... Hm... Dann ist da nochmal Holz und Setzlinge... Und, ja. Okay, und... Was brauchst du alles dazu? Das eine, was ich grad bekommen hab. Also, wo ich jetzt weiß, wie ich das herkrieg. Einfach aus Holz in dem Teil da unten hinstellen. Okay. Dann mach... Ja, was soll ich denn herstellen? Äh, alles. Alles. Ja. Da. Ihr hängt da. Ja, wir haben doch genug Holz. Ne, gut. Das stimmt. Ist ja nicht so, dass wir kein Holz haben. Guck mal. Ah. Geh weg, du siehst doch nicht nur die Maschine. Weil mir das gut ist, ich kann auch... Äh, brauchen wir die Slaps? Äh, nö. Aber können wir immer wieder herstellen. Ne, weil... Äh, da krieg ich nämlich auch was raus. Ja. Ich bin eigentlich... Du hast einen ganz anderen Grund... Äh... Äh... Was suchst du denn? Äh, zwei, drei, 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 vier, 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 vier. Ja, bitte was? Er hat rausgefunden, dass wir Cobblestone herstellen können. Ja, hier. Mhm. Kommen wir drunter, Tyrox. Da. Oh. Äh. Hier, Cobblestone kannst du da drin, glaube ich, auch machen, oder? äh, warte, äh, Kabelstone herstellen, meinst du? Nee, äh, benutzen. Warum? Ich guck grad mal. Warum kommt da kein Kabelstone da rein? Ja, krieg ich sogar zwei raus. Gibst du mir mal bitte einen Kabelstone wieder, weil... Danke. Äh, hä? Was ist denn jetzt los? Hm, vielleicht ist, äh, ich glaube, ist, äh, die Maschine hinten verstopft. Was fällt denn da hin? Ich grab mich. Ach nee, kann wegen der Redstone Fackel sein. Ja, wegen der Redstone Fackel. Ich verstehe es nicht, aber egal. Äh, musst du auch nicht. Wo ist die Lampe? Oh, ich hab das falsch gesetzt. Ja, das ist eine Lampe, die setzen wir uns woanders hin. Äh. Dieser Stern, ganz ehrlich, den nervt langsam. Äh, Tyrox, soll ich dir auch noch eine unendliche Kabelstone fahren machen? Ich möchte eigentlich nur wissen, wie du das... Ich meine, das muss... Mit einer Transfer-Node. Würde ich hier unten nochmal eine Küste bringen kriegen? Ja, bring ich dir. Tyrox, mit einer Transfer-Node. Du brauchst... Ich musste doch eine herstellen für eine Quest, die du dir ja ausprobierst. Ja, ja. Ja, und damit, äh, hab ich dann ein Speed-Upgrade reingehauen und so ein Abbau-Upgrade. Verstehst du's? Meinst du... Das Abbau-Upgrade kriegst du auch per Quest. Wie hieß das? Warte, ich guck grad... Ähm... Das ist, äh, World Interactive Upgrade. Achso, das hab ich. Ne, dann kannst du auch eine herstellen. Wenn du Lava hast. Hab ich. Bei uns geklaut, ich seh's. Ne, hab ich nicht. Achso, du wolltest... Äh, was für eine Kiste? Ne normale Standard-Kiste oder so ne... Wo ich was drin lagern kann. Ja, gut. Schatz, ne, bitte. Ja. Du musst hier haben so einen Hohen, 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 Hohen. Hohen, 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 Hohen. Was denn? Dieses Ecken-Geräusch hab ich ganz lange vermischt. Wirklich? Ah, die K... Ne. Hehe, hab ich... Äh, ups. Das wollte ich jetzt nicht. Der Stern will nicht, dass ich in den Raum gehe. Uuuuh. Äh, hi, Spinne. Wieso bringt Tyrox dich hierher? Hi, Zombie. Warum bringt Tyrox dich hierher? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil wir mal einen anderen Platz für diesen Kack... Äh, Star-Harvester brauchen. Äh, so, was brauchst du? Oh Gott. Äh, ich weiß nicht, wo ich die Ampel machen soll. Äh, ist egal. Ähm. Du, 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 du. Äh, äh. Äh, auch. Äh, äh, ist er. Äh. Bis zum nächsten Mal.